Hallo und herzlich willkommen zurück zu R&R Production. Hier ist Robi und wir spielen heute mit One Piece Odyssey. Das ist Part 30. Und wir sind auf dem Weg, Doflamingo fertig zu machen. Und machen genau da weiter. Ja, sieht so aus. Was für ein königliches Wappen. Treffen wir auf die. Ich bin bereit. Wir ballern uns jetzt durch. Vivi 2.0 Ich habe eine sehr gute Idee. Ich weiß nicht, Luffy. Rebecca hat eine große Kulac-Münge-Doflamingo mit der Handelkarte. Sie hat einen Kulac-Münge-Kolossiam-Kentos. Sie hat uns noch ein Kulac-Münge-Kentos. Toll! Leben ist voller mit Taten dran, gefällt mir. Sie ist schon eine richtige Strohpiratin. Wir kriegen den Aufzug nicht zum Laufen, gehen wir erstmal zu... Ah, okay. Wieso hast du mich dann hierherlaufen lassen, ne? Schick, schick, schick. Wie geht's da, Dinger, nehm mal mit. Vielleicht finde ich mir noch mehr Stahlbolzen. Wenn wir Brücken bauen. Ich habe mich aber echt nur in die Brücke in Alabaster erinnert. Ob ich noch irgendwo andere habe, keine Ahnung mehr. Ja, das habe ich alles schon. Da hinten gehen wir gleich rechts. Ja, das haben wir auch schon. Ab hier ist alles neu. Das sind die Kopfgeldziele. My buddies. Gut, äh, egal. Ich will nicht auch noch in die Sache reingezogen werden. Hab keine Angst, Kumpel. Wir besiegen ihn schon und retten die Stadt. Das ist, was wir tun. Das ist, was wir tun. Alter, der arme Typ. Der arme. Leo Bazooka. Das ist G4. Oh, ich kann G4. Nice. Aber der arme, Alter. Du kriegst mir mal die Schläge ab. Ich will dich nicht umbringen. Ich habe mich auch zurückgehalten. Mein Freund. Ich habe mich auch zurückgehalten. Und das habe ich nicht. Richtig, der Schleimbold. Hm, ja. Und was ist denn noch so? Das war's für mich. Der Mann! Ich denke, ich denke, ich kann nicht so viel zu denken! Hey, ich bin jetzt Rebecka! Ja, ich bin jetzt schnell. Das ist wahrscheinlich, aber wenn ich den Weg in die Richtung geht, dann wird ich in den Kolorosiam. Okay, alle gehen! Alter, keine Würfel, das ist so selten. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie sich alle versuchen, die Köpfe einzuschlagen. Verflucht, ich will zum Kolosseum, aber der Weg ist versperrt. Hier wimmelt es nur von so Mitgliedern der Familie Don Quixote, die die Kopfgeldziele an der Flucht hindern. Verdammt, endlich bin ich kein Spielzeug mehr. Doch jetzt komme ich nicht zu meiner Frau und meiner Tochter. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes, Brudi. Aber wenn ich einmal da unten bin, geht es nicht mehr raus, ne? Da ist nix. Nope. Da ist ne Truhe. Jetzt komme ich nämlich zurück wahrscheinlich. Oh, eigentlich mal wieder ein Würfel. Sehr schön. Ich weiß schon, wie stark die sind. Ob Königshack wieder ausreicht? Na ja. Oh, einer hat überlebt? Ja, ganz knapp überlebt, hä? Nicht schlecht, nicht schlecht. Egal. Da machen wir Kleinholz draus. So lange es nur normale Leute sind, gehen die schnell, nein, gehen die schnell weg. Ah, zwei haben wir überlebt und drei. Oh, die halten schon mehr aus. Und so zieht sie fast nix ab. Aber unsere Verteidigung ist auch gut, sehr schön. Die geben auch gute Erfahrungen, ne? Gut, dass wir hier leichter 4 Level up machen. Jetzt liegt hier nix rum. Nope, nope, nope. Zorro. Zorro. Da vorne sollte es sein. Komm her. Hau sie weg. Perfekt. Kann ich Geld und Erfahrung sammeln, das ist schon mal sehr gut. Hier ist halt alles kaputt. Hier siehst du nicht gleich, ob hier noch Kisten... Oder siehst du nicht so schnell, ob hier Kisten rumliegen, ist ein bisschen blöd. Ich liebe Königsacken. Hau sie weg. Ich liebe Königsacken. Ich liebe es so hart. neues ziel hinzugefügt was kriege ich für items repariere die erinnerung es ist fasern freundschaftsangriff wir haben die neue raus gelassen sogar wieder in der wüste wie es aussieht da eigentlich geheimnis hier sind items perfekt so ringe sind mir liebe wie lady new yubi von friszenen hause weg Oh, hat einer überlebt, ne? Nicht mit uns. Hauptsache Level Up, sehr gut. Items auch sehr gut. Kiste Zorro. Hauze weg, hauze alle weg. Einer überlebt, glaube ich. Zwei? Okay. Gut so. Perfekt. Kann man hier noch was? Ja, perfekt, perfekt. Stahlbolzen, sehr gut. Der Rest ist nix mehr. Oh, das ist Joissa. Den kauf ich auch leer. Sehr gut. Unsere Lim kennt sich schon aus. Sie ist schon eine richtige Strohpiratin. Eine Maschine ist sie schon. Als Zorro, hä? Mach's alle kalt. Wie da reingeflogen kommt. Königshacki kann ich schon mal ausschließen. Redhawks nur eine Person. Jetgatling hört sich gut an. Nein, Königshacki war besser, hä? Oh, gefährlich. Oh. Oh. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Jetzt hab ich verkackt. Oh, die beiden mal weg. Oh, ne, ich hab keinen. Oh, ne. Ich hab keine SP mehr. Na, alter. Die sind stärker als die. Das waren halt noch die gleiche Toren. Die anderen, was waren die? Ähm, die von... Du Flamingo wahrscheinlich. Die Truppe. Da ist auch nix. Hö! Nee. Hmm. Ja. Oh. Da ist die Läu. Das war ja. 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 Das war ja. Zwei haben überlebt. Die werden uns jetzt nicht mehr haben. Was ist das? Ja. Ja. ich muss ja alles richten katastrophe die sind auf jeden fall stärker gute alte oberzwiebel da ist nichts mehr da ist ein joisa kischte sehr schön FUJITORAF HANDSCHUHE, NICE! Was hast du schönes? Zwei Millionen! Geht auch nur einmal, auch, ne ach, nur tausend, mit Adrenalinangriff, hört sich Geld an. Auch nur einmal, geht alle nur einmal. Gesamt 4, die wollen mich auch machen, ich brauche die zum verballern. Stand da gerade ganz unten, entferne den Effekt, was heißt das, ah, da kann man mich löschen, nice, aber auch nicht, ich will die ja erstmal voll bekommen. Nee, falscher. Jetzt müsste ich eigentlich mega gute haben. 7.30 Uhr schon ganz gut, LP Entzug. Das ist ganz geil. Ausweichrate, das sind alles gute Dinger. Dark Souls kann gleich einen nehmen. Ich glaube ich gebe ihm den Adrenalin, weil der hat 5, das würde genau unten reinpassen. Perfekt. Na, wir haben hier schon voll. Lissop kriegt einen. 5 habe ich jetzt nicht mehr, aber muss ich mal schauen, wie irgendeinen gescheiten lang. Ah doch, doch. Das ist auch 5. Sanji, was kriegst du? Die sind alle viereckig. So ein bissl blöd. Brücke, ich habe auch 1. ersten vier stänge so dann hat jeder wieder voll ausgerüstet schon sehr gut da war ich gerade was gibt es hier so waffen laden da kann ich eh nicht aufmachen ich habe eher durch kämpfe dann bekommen wenn ich mich nicht irre ja zwei so 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 Das Haus ist... Da ist Rebecka in dem Da ist Rebecka. Ja, vielleicht. Ich denke, es ist ein bisschen schwer. Ich bin schon wieder der Welt. Ich wollte mich auch wieder raus. Der Welt? Na, das ist das die Erste der Mera Mera Mera-Mera-Mera-Mera-Mera-Mera-Mera-Mera-Mera-Mera-Mera-Mera-Mera-Mera. echt im deutschen ist die ruby nicht lucy oder haben sie einfach noch falsch ich habe es geschrieben ich habe es geschrieben ich habe es geschrieben Der Name ist der Mann. Wer ist der Mann? Wie war die Mera-Mera-Mera? Rimm? Das ist schlecht, aber ich habe die Geschichte. Ich muss schnell die Rebekka suchen. Oh, das war so! Wo ist der Korossium? Dann muss ich den Weg gehen. Okay, alle gehen! Hier sollte es wieder ein bisschen ruhiger sein, glaube ich. Perfekt. Safety safe. Sehr schön. Würfel! Der Eingang zum Korossium, den müsst ihr eigentlich sehen, wenn ihr hier auf diesem Weg bleibt. Wartet, ist das nicht der richtige Zeitpunkt, um dort hinzugehen? Schaut euch um, schaut euch um, habe ich gesagt. Okay. Ich weiß nicht, ob Umschauen so dringlich ist, aber ich helfe doch gern. Wahnsinn. Also, es ist eine große Menge. Wie ist das? Du hast noch ein bisschen vorgelegt. Hier dann läuft es noch. Oh, was Mensch? Jetzt, ich kann, warum ich auch hier부분 noch nicht sein kann. Bei Karls Seom gibt es jede Menge Geschäfte. Ja, die Attraktionen hier waren in Dressrosa beliebt. den kenne ich doch den sparten den kämmer doch sauber hat ihm eine lektion erteilt und diesmal machen wahrscheinlich wird es aber ich habe nichts dagegen prügeln wir den lustig aber zuerst der eigen zum külseum ist da drüben aber wir sollten die beine in die hand nehmen irgendwelche schwertkämpfer sind durchgetreten ist zu gefährlich um hier zu bleiben keine angst wir regeln das gleich das bestimmte truhe so eine perfekt noch ein würfel name und zoro sehr schön das kann man noch hier so finden bücher laden ich finde ich sein hut hauptsache items mit dem laden sterben kumpel man kann es nicht verlassen die beide in die hand materielle sachen kann man wieder aufbauen auch wenn es schwierig ist perfekt das heißt ich muss okay weiter kann ja nicht das heißt ich muss hauptsache sagen hey alle leute mit denen du die sagt geschahle geteilt hast von teilnehmer bei diesem wettbewerb richtig nein ich habe keine sagt geschahle mit ihnen geteilt da kommt schon die gehen davon aus dass du das gemacht hast kevin war einer von ihnen kevin was ist das für ein allerwälziger gute alte kevin wo ist unser kevin der kevin war auch dabei bin ich mir sicher das tor ist verschlossen dann brechen wir ein oder die sind wahrscheinlich unten irgendwo oder in der mitte kämpfen gerade was guzzi man hat er sagst du mir schon amari to ok immer ich den ein hat hmm man safety safe session Decker aus dem Maul. Ehto, Sabo kommt jetzt. Der ist alleine. Decker aus dem Maul. Der Arme. Noch gegen Monster Trio. Ja, ich sag noch. Nix kann der. Oh, ich hab keine SP mehr. Oh, ich bin weg. Oh, ich hab keine SP mehr. Oh, ich hab keine SP mehr. Ich hab keine SP mehr. Ich habe mich nicht gehört, was ich? Das ist ein Schmerziger Mann. Das ist ein Schmerziger Mann. Ich werde mich übernehmen. Ich werde dich wirklich an. Ich werde dich wirklich an. Das ist das, Verges. Du bist! Ich werde dich an. Ich werde dich an. Ich werde dich an. Da kommt Bruder Nr. 2. 12.300. Ich versuch's mal, wir werden sehen wie's aussieht. Eigentlich müssen wir hier viel, einiges mehr Schaden anrichten, ey. Memory! Einfach aufschlitzen, ey. Immer schön von der Distanz, Nami. Kein Stress. Memory! Der soll klatschen. Der soll klatschen. Der ist schon auch voll aus Atem. Jetzt vorbei. Verklatschen. Würfelsammler Nami Trophäe bekommen, okay. Ja. Jetzt werden wir mit dem Sabo und mit dem Ace. Das ist einfach. Das stimmt. Und das ist auch mit dem Ace-Mera-Mera-Mera-Mera-Mera. Aber ich habe es zu essen. Kama-Hane. Das ist das. und die taucht einfach so auf ich habe mich überrascht ich habe mich überrascht ich habe mich überrascht Du musst du auf aufstehen, Rebeca. Du musst du aufstehen, wenn du Mingo aufstehen willst. Du bist weg? Ich bin in Lufi, ich bin in Lufi! Ich erinnere dich! Du bist auch der Rufi, der Rufi? Du kennst auch das Erste? Ja, ich habe gesehen, dass die Rufi mit Rufi kämpft. Das stimmt. Sie waren sehr stark, oder? Das war sehr stark. Sie haben sich immer wieder aufgerufen. Es muss auch hart sein, wenn du amnesiertest, dass ich nicht dabei war, schon jetzt auf einmal. Wenn du dich dann erinnerst, konntest du nicht da sein. Auch wenn es schlimm ist, Ruffy hat wenigstens die letzten Momente von seinem Bruder erlebt. Sabo war einfach abwesend. Aber es ist auch nicht so ähnlich. Wobei Ace und Ruffy schon. Sabo hat diese runden Augen, die eher so freundlich aussehen. Blonde Haare. Der passt gar nicht zu den beiden. Aber die zwei Ds, die sind sich mega ähnlich. Wahlbrüder. Wir haben Häkchen gemacht. Wir haben uns gewählt. Hm? Ja, aber das ist alles gut. Er ist ein弟, ich bin ein弟. Luffy und Ace sind meine wichtigsten Familie. Ace ist ein Ace, Luffy ist ein Luffy. Ich kann es nicht sagen, aber... Wenn du mir helfen möchtest, dann kannst du dich in der Welt. Genau. zurück zu gehen, denen wir gekommen sind. Ja, und da wimmelt es von Schergen der Familie von Don Quixote. Wir sollten einen anderen Weg suchen. Hat sich es aber eingespeichelt, der. Was haben wir hier schönes? Hat sich gleich in seinen netten Augen seinen guten Ruf reingeholt. Da können wir außen rumlaufen. Schauen wir mal, ob da irgendwelche Items rumliegen. Vielleicht sogar ein paar Würfelchen. Karbon-Bolzen. Wird immer anspruchsvoller. Dö, dö, dö. Da ist wahrscheinlich versperrt. Oder kann ich, doch, da kann ich durch. Perfekt. Liste Würfen sammeln. Ich habe jetzt lauter Trophäen geragt. Ich glaube, die ganzen Trophäen könnt ihr eh nicht sehen. Du, dö, dö. Hier, du, dö. Dö, dö. Du, dö. Er hat gar keine Würfel gehabt. Jetzt kommt ein Würfel nach dem anderen. wir können nicht einsam wieso muss irgendwie reinlaufen wahrscheinlich wahrscheinlich kann ihr perfekt als nächstes eine trophäe ist doch der andere so was haben wir hier schönes gar nichts da bin ich reingelaufen schauen wir die andere seite der ist rot wie weit der südliche pass führt unser richtesten dann wissen findet es doch selbst heraus da hätte ich nicht rote streifen über den kopf haben müssen also lauter gegner da kann man kämpfen erstmal hier reinschauen was gibt es hier so nichts wie es aussieht die stadt liegt mit trümmern die fleur du flamingo jetzt hier ist der de flamingo sind die leute vollkommen egal das ist ein wahres gesicht seine grausamkeit hatte sich vorher einfach nie gezeigt damit wird er jetzt nicht mehr davon kommen nein das lassen wir nicht zu stimmt raffi ja nö 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 das lassen wir nicht zu wir schnippeln den weg perfekt dass wir hier durch kurz geht nur noch voran geht nur noch voran t4 an t4 schuhen c12 hit t7 t4 t4 t6 t8 santo もう一度 kuraしたかったんだ Ah, das ist so hart. Ah, das ist so hart. Ah, ich mag Adio immer weniger. Ah, wer hat zu ihr gesagt mit der Crew, dass er ihre Crew ist? Ah, der Adio, ey. Sei bitte vorsichtig, wenn du diesen Weg nimmst, aber ich schätze, das dürftest du schaffen. Das sind zwei unglaubliche Charaktere, die mit purem Glück so weit gekommen sind. Vor allem Buggy, dem sein Glück ist unglaublich. Ich glaube, niemand ist ansatzweise so glückbelastet. Nur er. So. Da hat er sich auch schon wieder Gegner. Noch ein Jaya-Würfel, sehr schön. Das ist aber normale Menschen, aber normale Banditen, die dürften nicht so stark sein, oder? Oh, einer hat überlebt. Oh, die zocken so wenig ab, ey. Die zocken echt nicht viel ab. Das ist auch nix. Alles hier. Null Nummer, ne. Bugzeug. Noch ein Jaya-Würfel, sehr schön. Marien auch noch, ey, ey, ey. Siege ein Gegner in den Gebiet von Namifels. Komm, Einschlag. Na ja, sag ich. Hey. Entschuldigung! Dann entschuldigung! Wir sind ja schon noch ein M dibuj, äh! Nein! Ich bin ja schon noch ein Meld in die Fohlen. Wie ich mich jetzt mal neu fühlt. Ich bin ja schon so基因, ich bin. Also wir sind ja schon aufgiespeich. Und ich bin ja auch schon ganz gut, das war mir klappt. ja locker easy mehr als easy da ist auch nix auch nix noch ein gegner hause alle weg hause alle weg also ist wohl alle das da muss ich aber nami blitz hier schauen wir gleich wer wer ist so dreist und du den zukünftigen könig der piraten aufhalten da ist nix ne ist echt nix komisch so rebekkasama gutta es war ja was rebekkasama rebekkasama ja das 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 ste das das die v sinn die die das 便 am Das war's für mich. Das ist nicht so, dass die Welt der Frieden der Frieden des Frieden ist. Ich bin nicht so, dass ich die Welt liebe. Ja, ich habe auch das Gefühl. Ich bin nur für mich, dass ich mich sehr interessiert habe. Du bist okay, die beiden. Was? Was? Das ist doch 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 Flamingo, Rufi, die zu retten. Ja, das stimmt. Ja, das ist immer ich. Deswegen, Rebekkah. Du bist so, Rufi. Ah, vor allem, Rebekkah, ich möchte den Lift. Ah, das stimmt. So, Rebekkah, ich bin bald. ich kann rette bitte rebecca und russ rosa ich gebe mein bestes ich gebe mein bestes ich habe hier alles schon eingesammelt Gute alte falsche Dornpilze, das haben auch alles, das haben alles. Was will die kleine Lehm auch, hä? Das schaffst du. Natürlich, auch wenn man lang getrennt ist, die Bande verschwindet nicht. Insomma, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen, am gleichen Platz wie jetzt, und eine Stunde ist vergangen. Unglaublich Unglaublich Kommt gleich der Kampf Neues Königsblätter unten Ich glaube da wird noch ein ganzes Stück Wenn es unten ist, wird es noch oben geben oder Mitte Das wird noch ein Stück weiter geben Oh ja Das ist noch ein Stück Oh, Würfel Erstmal Safety Safe Und dann gehen wir zum Platz von Penkern Kann ich meine Ausrüstung verbessern Ach so, wenn ich da runtergehe, ist vorbei Kommt ja nicht mehr zurück Wolltest du das? Oh, L'on Oh, L'on Oh, ich glaube da wörste Ah, ich habe dich nur angenehm Mal Oh, was ich so gut ? Oh nicht Oh ja Aber ich habe mich versucht Ich habe mich nicht Habe mich nicht Deine Wo ist das? Das war mein Problem Ich habe mich nicht Ich habe mich nicht Was? Ich bin Corazon. Ich bin ein Mensch für mich. Ich habe mich, um mich zu retten, um mich zu retten. Ich habe mich vorhin verletzt, aber ich werde jetzt... Guck! Oh ne, ich kann zurück, oder? Ah ja. Kleine Maus. Mal schauen, was es mir gibt. Hause weg. Nice. Und direkt Level up. Den Nommi Swann. Sonst haben wir hier nichts mehr rumliegen. Nope. Nope, nope, nope. Aber Franky ist noch im Team, ja. Erst. Jaya-Würfel, sehr schön. Jupp. Da ist auch nichts mehr. Ah, perfekt. Schrott auch erhalten, sehr schön. Nee, dann tue ich noch nicht speichern. Erstmal... ...papieren. CC. Mit Zapo sogar? Früher konntest du kaum mit uns mithalten und jetzt zieh dich an. Maschine, eh? Als wir letztes Mal hier waren, hat uns Violas Heldsichtfähigkeit den Hals gerettet. Sie helfen mir, Nami und die anderen rechtzeitig zu retten. Ich dachte, du sagst jetzt irgendwas an der Eisenbrücke. Okay, sind wir mit diesem Schwarm Kampfe spät und letztendlich waren sie aber keine große Bedrohung für mich. Dann trafen wir endlich in der Green Bid ein. Dann nahm die Legende des großen Helden Liso-Lisoland ihren Anfang. Jaja, sehr schön, Ende. Hey, ich war noch nicht fertig. Wir haben uns noch so aufgemacht, deswegen wussten wir nichts davon. Dieses Land war eingesperrt in einem Vogelkäfig. Vogelkäfchen. Wahrhaft muss man Vögel nicht in einem Käfig sperren. Sie fliegen nicht weg. Oh, in diesem Fall sind wir die Vögel im Käfig. Endlich haben wir das Königsplateau erreicht. Jetzt ist es schwierig, nach allem, was passiert ist, einen klaren Gedanken zu fassen. Ich werde mich nie an diesen Käfig gewöhnen. Ich hasse das Gefühl, dass jemand auf mich herabblickt. Er hätte Frauen, Kinder und Ältere. Dieser Deflamingo kann kein Mensch sein. Na, schräg. Er riecht wirklich bis in den Himmel. Was für ein Erstaunlicher Käfig erreicht. Wie merkwürdig. Ich fühle mich schwächer als sonst. Du auch. Ich bin schon seit unserer Ankunft auf Warford nicht ganz bei Kräften. Die sind doch gar nicht mal so weit. Deflamingos Plan. Der Schrecken des Vogelkäfigs. Das Volk und des Rosa ist erschöpft. Ja, ja, das stimmt. Usopp. Ich habe ein neues Trickbällchen. Na, komm, komm, komm. Oh ja. Mach mal gleich. 5. Da auch 5. 2, 3, 5, 4, auch 5. Trickbällchen-Wunderkind-Trophäe bekommen. Die Maschine. Was ist das? Kochen? Müsst ihr auch wieder neue Gerichte haben, oder? 10. Machen wir erstmal alles auf 5, was drunter ist. Oder neue Gerichte da. Ich habe nur 3. Egal, besser als nix. Da machen wir erstmal alles, was 0 ist, auf 5. Das geht schon mal nicht, okay. So. Kochweiß, doch. Sehr schön. Und Accessoires auf jeden Fall. Da, machen wir voll Ruffy-Seins. Was können wir da reinhauen? Aufladerate. Aber machen wir Aufladerate. Grundwert, was gibt es noch so? Bezauberungswiderstand. Ohnmachtwiderstand. Illusionswiderstand. Aber noch ein bisschen Verteidigung rein. Und nochmal einmal Attacke. Ruffy ist ein Attackemonster. Komm, Volltreffer, komm, komm. Ah, schade. So, das haben wir aber alles jetzt hier. Adrenalin. Haben wir auch voll. Wir holen jetzt Zorro sein, die ganze Maschinen voll hier. Gehen wir eben Auflade. Grundwert. Ohnmachtwiderstand. Ohnmachtwiderstand. Illusionswiderstand. Schlafwiderstand. Geben wir auch nochmal einen Angriff. Komm, Volltreffer. jetzt haben wir noch ein paar widerstehende rein schalte auch nicht dass wir auch noch alles voll machen der lauf vier sehr schön noch auf laterat rein wir monsters ist gut der ist richtig gut nur triumph erzählen machen auch grundwert hoch schadet nicht auch noch mal jetzt erfolgs auch dabei ich habe es nicht genommen steht ein geht noch ein oder auch noch im widerstand rein und da wie noch irgendwas anderes schlaf widerstand ohnmacht widerstand ich habe davor mit zaubern machen macht das ding und dann haben wir hier noch ein nun können wir reinhauen ja ich bin ja und ruf es ist schönes wasser machen auch immer so rein bis zum schiff die geramschleife kammer rein lp technik das haben wir noch so schlafwiderstand wieso nicht ich habe noch ein angriff oder sogar teiligung irgendwas ohne lähmungswiderstand verwirrung giftwiderstand machen wir damit zu einem widerstandsmonster und ich habe noch ein tsunami sehr schön und hat nichts mehr dann tun wir ein bisschen verteilen das jetzt auch ein bisschen widerstand bekommt und zwar verschiedene elemente sondern glückssache wer gegen kämpft aber egal schadet nicht auch 52 sehr schön und sanji kriegt den letzten widerstand perfekt jetzt habe ich ja keine mehr nur noch lila alles perfekt der vogelkäfig kommt näher und wir das schon wir feiern jetzt hauptsache aufgelevelt und startklar safety safe wunderschön und dann sag ich mal danke fürs zuschauen hier war roby von rnr production und das war one piece alles sei part 30 glaube ich und wie immer wenn ihr bock habt subscribe kommentiert und like und bis zum nächsten mal bei bei und ciao